Die Weiner hat sich gewünkt, in ein gutes Licht gerückt. Dann zeig ich ihm, was man machen kann und fang dabei zu weinen an. Der Zweifuß stammelt, kein Geweb, aus Angst, weil es mir schlechter geht. Versuch ich lieber noch zu bücken, Tränen laufen auf den Rücken. Für dich! 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 Untertitelung des ZDF, 2020